Sag mal, Samira, warum trägst du eigentlich ständig meinen Kot hinter mir her? Ähm, wie bitte? Naja, wenn ich beim Gassigehen einen Haufen mache, kramst du häufig diese bunten Plastiktüten hervor, hebst den Kot auf und trägst ihn ewig in der Gegend rum. Also nur mal fürs Protokoll. Unsere Kotbeutel sind aus Maisstärke, biologisch abbaubar und zersetzen sich. Gut, und warum trägst du also biologisch abbaubare Maisstärketüten mit Kot herum? Deinen führst du ja auch nicht spazieren. Naja, ich gehe ja auch auf die Toilette und spüle alles in die Kanalisation. Du machst es in die Natur. So wie viele andere Tiere. Ihr findet das überhaupt nicht merkwürdig? Es gibt sicher irgendwie auch einen Unterschied zwischen Wild- und Haustüren. Und als Haustierbesitzer trage ich auch einfach eine gewisse Verantwortung für meinen Hund und somit auch für seine Hinterlassenschaften. Was wäre schlimm daran, es liegen zu lassen? Naja, Hunde tragen durchaus auch mal Würmer oder Wurm-Eier mit, die sie dann halt eben mit dem Kot wieder in die Umwelt abgeben, was dann wieder andere Tiere irgendwie beeinflussen kann. Und außerdem freuen sie sich ja auch die Bauer nicht, wenn all ihre Felder voll mit Hundekacke sind. Ach, was soll das stören? Der Mais zum Beispiel hier auf den Feldern hängt über unseren Köpfen. Wen stört das? Aber was wäre dann zum Beispiel mit Möhren, Rüben, Kohl und solchen Sachen? Gut, das ist vielleicht etwas anderes. Und was ist mit Wiesen, wo die Bauern vielleicht das Gras als Heufutter für zum Beispiel ihre Kühe verwenden wollen? Da ist etwas dran. Und was ist zum Beispiel mit Haufen, die auf oder nah an Gehwegen liegen, wo dann irgendwie andere Menschen reintreten können oder sogar kleine Kinder reinfallen könnten? Okay, okay, ich hab's verstanden. Es gibt durchaus Gründe, Kot wegzuräumen. Ich muss natürlich ehrlich sagen, ich hebe es auch nicht immer und überall auf. Also ich schaue schon immer so ein bisschen störtes Mensch und Tier dort in irgendeiner Art und Weise und ab und zu lasse ich es dann vielleicht auch mal liegen. Aber im Zweifel nimmt man es dann doch lieber einmal zu viel als einmal zu wenig mit. Nur diese oft fehlenden Mülleimer nerven einfach extrem. Ja, und dann dackelst du eine Stunde mit dem Ding hinter mir her. Und da heißt es, wir Hunde stünden in der Rangfolge unter euch. Aber ihr tragt unsere Kacke. Ja, absolut witzig. Dazu müssen wir uns Menschen dann eben einfach ab und zu mal herablassen. Ich hoffe, ich konnte dir das Thema ein wenig verständlicher machen. Und wenn du weitere Fragen zum menschlichen Verhalten hast, lass es mich wissen. Nun, ihr Menschen macht einige komische Dinge. Da gibt es noch so einiges. Und das beantworte ich natürlich alles gerne. Und wenn ihr auch mal so Themen habt, wo ihr denkt, hm, das finden Hunde sicherlich merkwürdig an menschlichem Verhalten oder was wir halt so treiben, schreibt es uns doch gerne einfach mal in die Kommentare. Wenn euch solche Videos gefallen, zeigt uns das gerne mal mit einem Daumen nach oben. Und abonniert natürlich unseren super kleinen süßen Kanal hier. Dann verpasst ihr keine Videos mehr und unterstützt einfach das kleine Schnuffelmäuschen und mich auf unserer YouTube-Reise. Da freuen wir uns einfach immer wahnsinnig drüber. Ansonsten, ja, hoffe ich, dass euch das soweit gefallen hat, dass ihr es vielleicht auch ein wenig unterhaltsam gefunden habt. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal hier bei Samira und Jenko unterwegs mit Hund. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal hier bei Samira und Jenko unterwegs mit Hund.